Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 67.600 US-Dollar. Wir haben den Ethereum ETF, mittlerweile Genemic Trading, ist glaube ich noch unbekannt, wann er endlich getradet werden kann. Deswegen werden wir dann auch natürlich gleich mal auf den Ethereum-Chart auch noch drauf blicken. Bitcoin hat einen Abverkauf bekommen, wir haben leider nicht mehr unseren Short-Trade hier oben reinbekommen. Dafür aber die Long Opportunity hier unten bei 66.700 US-Dollar bekommen. Also wer da drin ist, würde ich aber trotzdem mal einen Stop-Loss-of-Entry machen und gegebenenfalls die ersten kleineren Profite nehmen. Einfach mal sicherheitshalber, weil durch die ganze Ethereum-Geschichte natürlich auch die Kurse etwas mehr nach oben gepusht wurden. Was jetzt dazu führen könnte, dass es nochmal zu größeren Abverkäufen reinkommt. Aber das werden wir uns alles in Ruhe dann auf jeden Fall nochmal anschauen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wir werden noch auf Gold, Euro gegenüber US-Dollar und natürlich auf die Stockmärkte schauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst im Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und sucht ihr noch eine Börse, wo ihr das alles traden könnt, wo wir, oder was wir jetzt gerade besprechen, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort gibt es momentan auch ordentlich Bono. Den Link dazu findet ihr unten in der Kommentarspalte, beziehungsweise ja, in der ganzen Beschreibung unten. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 67.600 US-Dollar. Wir haben gestern, wenn wir uns das mal auf dem 1-Stunden-Timefilm angucken, den größeren Abverkauf bekommen, beziehungsweise war es ziemlich absehbar. Wir haben ja vorher noch darüber gesprochen, dass hier zumindest nochmal die 72.000 US-Dollar nochmal eine Möglichkeit wäre, um die Shorts hier oben, oder beziehungsweise ja, die ganzen Long-Positionen und Short-Positionen nochmal ein bisschen zu killen. Da kam es leider nicht mehr dazu. Wir sind einfach nach unten hin abgestürzt. Was wichtig hier zu sagen ist im 1-Stunden-Timefilm, wir haben kein tieferes Tief. Also wichtig, wir haben zwar Wicks hier runter gesehen, in unsere Position rein. Also hier in diese 1-Stunden-Demand-Zone, das zeichne ich mal ganz kurz ein. Das ist eigentlich so dieser Support gewesen. Wir haben Wicks gesehen, wir haben aber kein Close darunter gesehen, zumindest im 1-Stunden-Timefilm. Dafür haben wir aber ordentliche Wicks jetzt auch wieder hinterlassen. Man sieht es hier ganz gut bis 66.200 US-Dollar. Deswegen würde ich an eurer Stelle die Position jetzt mal absichern. Und nächster Versuch wäre dann hier unten die 66.200 US-Dollar-Marke mit ungefähr dem gleichen Setup, wo man dann nochmal eine neue Long-Position versuchen kann, beziehungsweise dann mit ungefähr einem Stop-Loss bei 65.400 US-Dollar. Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz den Daily-Close angucken, der ist nämlich auch extrem entscheidend gewesen. Da sehen wir, okay, wir haben kein tieferes Tief mehr. Wir sind genau hier runter in diesen Order-Block, beziehungsweise in diesen Daily-Order-Block reingegangen. Mit unserer Kerze wurden stark aufgekauft. Sieht jetzt einigermaßen gut aus. Trotzdem, wie gesagt, hier unten nochmal den Bereich um 66.200 US-Dollar im Auge behalten. Sollten wir da mit einem Daily-Close in den nächsten Tagen drunter schließen, ist es keinesfalls bullish. Wir müssen uns wirklich dann darauf gefasst machen, dass es hier doch nochmal zu einem größeren Abverkauf werden könnte. Und vor allem dann auch mit der ganzen Ethereum-Geschichte. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ansonsten sieht es momentan, solange wir, wie gesagt, diese Closes jetzt mal ein bisschen im Auge behalten, sieht es gar nicht so übel aus. Bis auf, dass wir das Golden Pocket verloren haben. Natürlich alles von dieser Ethereum-ETF-Entscheidung etwas mitgenommen. Sollten wir jetzt in den nächsten Stunden nochmal eine Erholung sehen, dann auf jeden Fall den Bereich um 69.700 US-Dollar im Auge behalten. Hier oben wartet die nächste Supply. Sollte es hier schief gehen, dann bin ich weiterhin d'accord, dass wir auf jeden Fall nochmal in Richtung 50.000 US-Dollar runtergehen. Beziehungsweise daran hat sich sowieso bei mir nichts geändert, dass wir hier nochmal einen größeren Abverkauf irgendwann früher oder später über den Sommer sehen. Denn China-Taiwan-Geschichte ja auch momentan wieder so ein bisschen in aller Munde. Also da könnte auch über den Sommer immer noch eine Menge passieren. Ja, ansonsten gibt es nicht wirklich viel bei Bitcoin oder so generell im Chart zu sagen. Wie gesagt, wichtig sind die 66.200 US-Dollar auf Daily-Sicht mit eben diesem Daily Order Block, beziehungsweise mit dieser Daily Demand-Zone bricht die, sieht es übel aus. Ansonsten geht es momentan noch relativ gut. Gehen wir rüber zu Ethereum. Was ist da gestern passiert? Also wir hatten immer noch unsere fette Candle nach oben hin. Daraufhin hatten wir nochmal zwei Tops mit einer Bearish Divergence und ein paar Liquidations-Candles. Diese gingen gestern hier vor allem bis auf 3.526 US-Dollar. Das heißt hier nochmal auf diesen R1. Reicht mir trotzdem ehrlich gesagt nicht. Wir haben jetzt die Genehmigung bekommen. Alles schön und gut. Aber von der Struktur im Chart her mit eben diesen zwei fetten 4-Stunden-Candles gefällt mir das überhaupt nicht. Und die glaubt doch nicht, dass diese Orders hier nicht früher oder später geholt wurden. Das erinnert mich ziemlich stark an XRP damals. Relativ starker Pump nach oben hin, Konsolidierung und dann langsam aber sicher nach unten hin. Dieser Retest steht meiner Meinung nach einfach noch aus. Also ich wäre weiterhin sehr, sehr vorsichtig hier mit irgendwelchen Long-Positionen hier nachträglich nochmal rein zu hauen. R1 wäre vielleicht eine Option gewesen. Gut. Aber ansonsten würde ich hier absolut momentan die Finger von lassen. Auch Shorten extrem, extrem riskant. Vor allem mit dieser ganzen FOMO etc. pp. Würde ich es hier einfach lassen. Wenn wir uns den Einstunden-Chart mal angucken, sieht natürlich sehr, sehr ugly aus. Wir haben hier wie gesagt massive Barrage-Divergenzen. Volumentechnisch sieht es eigentlich relativ gut aus. Alles noch im grünen Bereich. Aber dieser Wig hier unten plus eben dann dieser Wig ist gefährlich einfach in dieser großen Zone. Also diese ganze Zone hier mit diesem steilen Pump. Da kann es innerhalb von Minuten einfach runtergehen. Man hat es gestern gesehen, innerhalb von Sekunden ging es dann auch mal hier 8% nach unten. Also kann es auch mal ganz schnell, sollten wir diesen Wig holen, dann auch mal in Richtung 15, 16% nach unten hin gehen. Also da wäre ich momentan einfach extrem vorsichtig. Würde mich hier vom Markt fernhalten. Solltet ihr hier irgendwie in der Long drin sein, nehmt Profite oder sonstiges. Aber versucht hier nicht auf Biegen und Brechen. Komm raus, irgendwelche Trades zu machen. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Was hat sich da getan? Da sind wir komplett auf Absturz. Auch hier lustigerweise mal wieder nicht das Doppeltop erwischt. Beziehungsweise sind wir hier gar nicht mehr hochgekommen. Gold hat es nochmal gestern zumindest versucht eine leichte Erholung zu machen. Wir befinden uns aber hier wieder am unteren Ende der Range. Sollten wir hier in diesem Bereich des Pivots bei 2315 US-Dollar kommen, ist das für mich momentan eher wieder so eine kleine Long-Chance, die wir momentan jetzt nutzen könnten. Schade dafür den Short, den es nicht geholt hat. Der Up-Trend erst einmal gebrochen. Also den können wir erst einmal auch wegmachen. Ansonsten, wie gesagt, das hier unten ist die perfekte Zone für momentan, zumindest nach meinem Stand, eine kleine Long-Position. Beziehungsweise müssen wir die hier minimal anpassen. Hier ist der Order-Block, beziehungsweise die Demand genau auf dem Pivot. Das heißt für mich momentan 2315 US-Dollar Long. Vom Stop-Loss her, schauen wir uns das Ganze auch mal an, würde ich auf jeden Fall mal das Tief nehmen. Das sind 1,72%. Also das wären so die nächsten Setups, die ich hier bei Gold machen würde. Das hier oben kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an, weil hier genügend Liquidität hier oben lag. Aber gut, was nicht ist, kann auch kommen. Take Profits, können wir vielleicht auch schon mal so ein bisschen besprechen. Sollte es dazu kommen, würde ich dann auf jeden Fall hier bei den Pivots alles nehmen. Also beim 0,236er, 0,5er plus dann hier oben am Golden Pocket, das übrigens genau in der Ineffizienz liegt, plus eben auch noch am Monats-Pivot R1 bei 2400 US-Dollar. Also das wären so die kurzfristigen Ziele für eine kleine Erholung und danach müssen wir erst einmal weiterschauen. Ja, gehen wir noch rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Was ist da passiert? Auch hier warte ich noch auf den Short, ist auch noch nicht gekommen in Richtung Doppeltop, aber hier gibt es wenigstens noch einigermaßen Chancen, dass wir hier früher oder später aus diesem kleinen oder aus dieser kleinen Barefag oder Bullfleck hier nochmal nach oben hin ausbrechen. Ähnlich schon eher so einem Ascending, Broadening, Wedge. Also hier Chance immer noch groß, dass wir zumindest mal hier hoch in den Bereich der 1,089 beziehungsweise 1,091 kommen. Also hier bleibe ich einfach dabei, dass hier oben ist das Short-Signal für einen größeren Abverkauf. Ansonsten S&P 500, was hat sich da getan? Wir hatten starke Nvidia-Zahlen diese Woche, also auch wieder Überprognose. Wir haben weiterhin hier die Divergenz, die hat sich jetzt ein bisschen nach unten hin ausgespielt. Interessanterweise auch hier wieder in diesem Block wieder kurz vorher gestoppt. Da können wir aber jetzt mal im Laufe des Tages, nachdem wir die Ziele jetzt abgearbeitet haben, mal schauen, wie sich der Markt dann hier oben ungefähr verhält bei eben 5.317 Punkten. Ein Stunden Time-Firm passt auch gut hier mit einem möglichen Order-Block. Ineffizienz leider ein bisschen höher, müssen wir mal ein bisschen beobachten. Aber sollte es dazu kommen, dass wir hier unten einen doppelten Boden reinkriegen, wäre es erstens eine Chance für eine Long. Zweitens dann hier oben mit einem kleinen Headshort, je nachdem wo wir dann hier oben reinkommen. Und dann möglicherweise größerer Abverkauf. Ich bin weiterhin eher auf der Korrektur-Seite, heißt nicht, dass ich nicht bullisch bin bis zum nächsten Jahr. Aber früher oder später sollte eine Korrektur bzw. mal ein größerer Dampf kommen. Ob das jetzt mit China, Taiwan oder irgendwelchen anderen äußerlichen Einflüssen kommt. Wer weiß, was im Nahen Osten noch und sowas passiert. Sei mal dahingestellt. Ansonsten würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Wir hören uns wahrscheinlich dann morgen wieder, je nachdem, ob sich viel tut oder halt nicht. Ihr wisst, Sommer ist immer so ein bisschen das Ding. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann vielleicht schon mal morgen. Ich wünsche euch nochmal einen schönen, entspannten Freitag. Später noch Podcast, ganz, ganz wichtig, neue Folge auf Spotify, Apple und sonst wo. Also schaut da auch gerne vorbei. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Cripp.